Hallo, ich bin's wieder, die Michelle aus dem Studio X-Force Fitness. Ich begrüße euch heute zu meinem Video Golden 50. Das richtet sich alle an, 50 plus, gerne aber auch jünger, gerne aber auch noch älter. Also im Prinzip, ihr könnt euch da gerne was rausgucken, was ihr gerne möchtet. Wir fangen an mit dem Aufwerttraining. Wann habt ihr heute gekauft? Ja, das ist ein Handtuch. Wir werden heute mit Handtuch trainieren. Ja, nicht nur zu belegen, auch ein Traininginstrument. Okay, wir machen uns erstmal warm. Kommen wir erstmal in eine ganz, ganz, ganz entspannte, ruhige Niedelbewegung. Schau mal, die Arten der Schultern hoch nach vorne gestreckt. Hier auf der Mitte der Füße zwischen. Sehr gut. Mach das weiter. Noch mal vier. Drei. Noch zwei. Der Arm geht hoch. Strecke den Arm leicht nach oben. Füße blau. Bleibe immer in der Ekelnebelzug. Sehr gut. Vier mehr. Drei. Zwei. Nimm beide Arme dazu. Etwas schneller. Super. Mach weiter. Vier. Drei. Zwei. Mal. Wir bewegen uns jetzt nach vorne. Schau. Vor, rück. Vor, rück. Nimm die Arme schwörend mit. Bleibe auch mitm rechten Fuß. Bauch ist fest. Brust hoch. Schultern tief. Noch ein Mal. Mach einen größeren Schritt nach vorne. Und schau mal, das Bein kommt jetzt dazu. Hinten die Lüge. Vier mehr. Drei. Zwei. Wir machen noch eine Runde. Ein. Zwei. Drei. Vier. Die letzten. Vorm Letzen. Drei. Zwei. Zwei. Jetzt wechselst du das mal. Erstmal nochmal. Step, step. Einfach vorziehen. Achtung, easy. Ganz entspannt. Normaler. Walking with the arms sagen wir gerne dazu. Okay, ich mache den Schritt größer. So. Ganz natürliche Atemding, als wenn du draußen spazierst. Und wir machen hier auf der Hände. Das Knie kommt hoch. Weiter geht's. Vier. Für drei. Zwei. Seiten wechseln. Vier mehr. Drei. Auf und fang. Wir steigern das Ganze. Und gehen in den Repeater-Dillen. Dreimal Repeater. Und wechseln. Drei. Zwei. Eins. Wechseln. Ey. Mein Ausbilder hat mir mal gesagt. Es sollst du bitte nicht mitsingen. Sehr gut. Wir machen es schwerer. Bleib im Repeater. Bleib wieder heben. Die Arme kommen hoch. Du bist etwas tiefer. Streck das Bein. Weiter. Nach hinten, nach hinten, nach hinten, weiter, 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 Seiten wechseln, wow, continue, die Arme kommt hoch, zieh, zieh, weiter, weiter, one and two, ein paar mehr, vier, drei, zwei, step down, Schritt zur Seite, schau, dass die Füße nach außen zeigen, Knie, Folgen, Füße, Bauch ist fest, Brut, Augen, Rüchte, die Arme kommen nach hinten, kommen tief hoch, tief hoch, gut, sehr gut, weiter, 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 noch kein Ende, die Arme kommen etwas höher, zieh, Brutti, Arme hoch, bleib dabei, bleib immerhin step touch, sehr gut, die letzte, dann verbinden wir die beiden, den Repeater und den Step touch, bereite dich vor, Repeater, vier, in drei, in zwei, in vier, repeater, los geht's, weiter, 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 aufgefasst, step touch, Arme hoch, zieh, hoch, optional, nur hoch, wenn du merkst, jetzt sind die Arme hoch, Brutti, sehr wichtig, kommen wir nochmal in den Knee, Repeater, Arme, und Brutti, tief, halten ein gleiches Gewicht, bearbeiten die Popmuskulatur, noch vier, drei, komm zurück, marschieren, 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 auf der Stelle marschieren, sehr gut, schau mal, wir gehen in den Hilddick, in den Hilddick, einfach durch die Ferse nach oben, wenn du mehr möchtest, die Arme, Schulter höchst vor, wenn du noch mehr möchtest, kommt tief, 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 und dann, vier, drei, komm wieder hoch, vier, drei, zwei, nochmal, zieh, wieder hoch, zieh, tief, zu sein, auch hier, noch hoch, stark, wenn du mehr möchtest, Option, zieh, 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 vier, drei, schau mal, meine Arme, die gehen nach außen, nach außen, bleib dabei, bleib dabei, vier mehr, drei mehr, zwei, komm wieder in den Hilddick, hoch, komm wieder in den Hilddick, nach vorne, schau mal, die Arme, zieh jetzt, nach außen, auch hier im Training, seitdem die Fragmentivität. Die letzten, vier, drei, zwei, marschieren, hoch. Okay, wir brauchen jetzt einmal das Handtuch. Es reicht ein ganz normales Gesichtshandtuch. Die Größe. Hier bitte kein Badehandel, das ist zu mir. Gut, kommen wir in den Spot. Bedeutet, Knie nach außen, Füßen voll in den Knie. Wünsche gehen weit zurück, hohe nach unten. Du kannst auch gleich mit Problemen in den Knie In den ersten Minuten. Leiter fort. Wenn du mehr möchtest, geht ein ganzes Gesicht. Gut. Vier mehr. Dreier, vier. Dreier, vier. Dreier, vier. Eins, zwei, zwei. Vier anrufen. Eins, zwei, zwei, zwei. Knie. Weitere. Wir bleiben unten. Don't stop pull. Eins. Wie lange halten wir das aus? Hohe. Weiter, weiter. Weiter. Wir bleiben unten. 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 Vier, drei, zwei. Und wieder hoch. Single. Down, ab. Tief. Hoch. Down, ab. Wir bleiben unten. Und wieder hoch. Verbringe jetzt ein wenig. Sodass du dir ein gutes Friedensgewicht hast. Schulterseite machen. Und jetzt geht los. Ab. Da. Ab. Da. Nochmal. Tief. Nochmal als Option. Geh gut. Es geht auch nur der Hände. Ja. Wenn du eingesteckt bist. Geh nur das, was möglich ist. Oder geh ganz schnell tief. Und die Arme langsam richtig hoch. Super. Noch einmal. Vier. Drei. Wir nehmen das Tempo auf. Langsam schießt. Langsam. Schnell hoch. Tief. 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 Letztes Mal. Perfekt. Bleib. Hübsch. Hübsch. Komm in eine stabile Stand. Hübsch. 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 Die, die mich kennen, wissen, was es kommt. So es geht. Sehr hoch, sehr hoch, sehr hoch, tief hoch, tief hoch, noch einmal, vier, drei, wir gehen noch ein Stück weiter. Na klar, tief, nie, tief, nie, tief, halte das Gleichnis, halte die Balance, noch einmal, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, jetzt wird's kritisch, halte runter, stopp, nur die Arme, nur die Arme, wenn du Probleme hast mit der Schulter, ziehe vorne, hoch und runter. Guck dir, okay, drei, zwei, eins, und noch einmal, für vier, für drei, zwei, okay, und lösen. Lass die Arme um, lass die Arme um, lass die Arme um, stabiler Stein, Arme um, vor. Attack, Schulter. Die Arme um, zwei, drei, vier, drei, zwei, drei, zwei, Seitenwechsel. Erstmal langsam, zwei, und zurück. Kommen wir wieder in den Rücken, 50 Grad, Winkel, letztes Mal lang. Step, acht, sechs, fünf, brenn die Arme. Gut, lass sie brennen, lass sie brennen, lass sie brennen, auf und packen. Wir machen Händen, schieb die Arme um, voll zurück, um, voll zurück, rechter Winkel, Bauch fest, Brust hoch, Rücken, Knie, Knie, Kulstbewegung, weiter, 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 weiter. Weißt du noch, Stella? Stella, Stella, Stella. Wenn du mehr möchtest für die Beine, kannst du dich noch absetzen. Denk dir eigentlich immer wieder auf den Stuhl, weiter, 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 weiter. Super. Halte, halte die Spannung, reise, wenn du noch mehr möchtest, zieh die Perse heran. Komm auf die Fußspitze. Oh, ich bin nervös. Sehr gut. Marsch. Wir trainieren noch ein bisschen unsere Bauchmuskeln. Kommt dazu. Auf bis Boden. Glitter, kann man die Beine absetzen. Kommt auf, durch unsere Arme. Unser aller wichtigsten Wunsch. Sprichst mir die Munde, die Bauchgaben zu trainieren. Du kannst auf die Beine absetzen. Bauch, nach, bis sie mit. Mach dir nicht gut. Brenkt hart. Hände aufgesetzt. Zu aller Frau. Auf geht. Wenn du länger möchtest, zieh die Beine hoch. Und halte die Prennen. Halte die Prennen. Sehr gut. Noch eine Option. Oder auch ein halber. Wenn du länger möchtest, zieh die Beine hoch. Eins, zwei, drei, Beine. Becken. Vor, seit, rückwunsch, zwang. Das geht auch optimal. Mit den Beinen auf den Boden. Warten. Vor, seit, rückwunsch, zwang. Vor, seit, rückwunsch, zwang. Vor, seit, rückwunsch, zwang. Und rücken. Sehr gut. Drehen. Augen zurück. Einmal auf. Drücken. Absetzen. Ich stelle den ganzen Fuß aus dem Boden. Das ist weg. Hände vom Atem gut. Aufrollen. Ausatmen. Einatmen. Abrollen. Abrollen. Vorher. Zehn. Acht. Sieben. Weitere. Wir werden über die Baustelle aus. Die letzte Fuß. Vier. Da gibt's eine Marke. Die letzte. Vier. Drei. Zwei. Die Arme. Vor und Feder. Drei. Zwei. Eins. 쓰는 나가. Zwei. Acht. Drei. Drei. Zwei. Eins. Und wenn du mehr erlöchtest, die Beine. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Weiter mit. Letztes Mal. Stell einmal wieder ab. Es geht zur Seite. Der Arm geht seitlich abgeriebt, sondern rechts ist die Füße zurück und reichen. 1, 2, 3, 4, 5. Langwein. In Rüchten. Abwandeln. Nimm den Arm aus. Lasst du die Hüchte abgerolen. Die Hüchte. Rollt hier nicht mit aus. Es wechselt. Fließt. Abwohnen. Quasi fest geklebt. Sein Hüchte. 8, 7. Und in Rüchten. 8. Sehr gut. Wir kommen langsam zum Ende. Nochmal. 8 mehr. 7. 6. 5. Die letzten 4. 3. Letzter. Und höre. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 3. 3. 4. 4. 5. 3. 3. 4. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 5. 6. 5. 6. 6. 7.